Der Moment, in dem ich dachte, ich ertrinke. Für meinen Tauchschein muss ich in einer Übung meine Brille komplett abziehen und einmal um meinen Tauchpartner herumtauchen. Und spätestens hier bekomme ich extreme Probleme einzuatmen und merke, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt. Hier versuche ich noch verzweifelt meine Brille anzuziehen, doch es wurde immer schlimmer. Mittlerweile atme ich seit fast einer Minute nicht mehr richtig ein. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch jetzt das neue Video an.